Untertitelung des ZDF, 2020 Es war auf das Beste. Gut, besser, besser. Österreichs bestes Bier. Badespaß unabhängig vom Wetter. Aqualux Therme Fonsdorf macht's möglich. Auf drei Ebenen bietet die Therme des Lichts, wie sie genannt wird, den Gästen jede Menge Erlebniswelten. Aber auch die Ruhe-Oase für Entspannung und Erholungssuchende ist ein begehrtes Platz in der Aqualux Therme Fonsdorf. Das ausgezeichnete Gastronomieangebot vervollständigt das Aqualux Badeerlebnis. Badespaß für die ganze Familie. Aqualux Therme Fonsdorf. Die Firma Jury ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnikisolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Jury, Industrie und Privatkunden an. Jury, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Schön, dass Sie bei unserem Schlagerspiel der Runde wieder mit dabei sind auf MEMA-TV. Heute gibt es wieder ein Fußballzuckerl, ein Fußballzuckerl aus der Gebietzliga Mürz. Da wird an diesem Wochenende die vierte Spielrunde ausgespielt. Und da trifft der Tabellenneunte im Mitterdorf auf den Tabellenführer auf Wartberg. Ein echtes Derby steht da am Programm. Und die Wartberger, die sind ja wirklich super gestartet. Drei Spiele, neun Punkte sind Tabellenführer. Aber ein Derby hat eigene Gesetze. Und das wird sicher heute ein heiß und kämpftes Spiel. Schauen wir uns das gemeinsam an. Volksfeststimmung in der Mitterdorferau. 400 Zuseher sind zu diesem Derby gekommen. Da ging es so richtig rund. Mitterdorf präsentiert mit Elektro Kammerhofer stolz einen neuen Hauptsponsor. Gepunktet haben die Mitterdörfer ja schon vor dem Derby. Die Mitterdörfer, die haben einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen. Warum sponsert man einen Fußballverein? Der Hauptgrund meines Sponsorings für den Sportverein Mitterdorf ist natürlich das, dass ich den sportlichen Erfolg sehr liebe für Mitterdorf. Ich habe meine Jungs sehr gern. Ich hoffe, dass sie natürlich ein sehr gutes Spieljahr erleben, 2012, 2013. Wünsche ihnen auf diesem Weg alles Gute. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Beitrag damit beitragen kann. Mit meinem Sponsoring und Wünsche einer Weg, ich glaube nochmal, alles, alles Gute. Wie wird dieses Derby heute ausgehen? Also mein Wunsch ist natürlich ein Heimsieg meiner Mannschaft. Aber ich glaube, das Gerechteste wäre ein super Spiel, ein faires Spiel. Dass sie die Bum einhängen, ein X wäre für uns. Mitterdorfer schon ein Erfolg, weil die Wappelger so eine ganz starke Mannschaft haben. Mitterdorfs Obmann Werner Dick bedankt sich mit einem Präsent für diese Sponsortätigkeit. Im Namen von Sportverein Mitterdorf möchte ich Herrn Lueger Franzi dieses Bild überreichen und mich nochmals bedanken, dass er die neue Hauptsponsorschaft übernommen hat. Auch die beiden Bürgermeister Walter Berger und Wolfgang Butscher freuen sich schon aufs Match. Wie das Match heute ausgehen wird, ist schwer vorauszusehen. Ich wünsche mir ein faires, interessantes und vor allem abwechslungsreiches Spiel. Und ich glaube, der Bessere soll es letztendlich als Sieger vom Platz gehen. Ja, mein Kollege hat zwar schon alles gesagt, aber ich sehe das auch so. Und der Sarderbe hat immer eigene Gesetze. Und ja, rein von der Tabellenform her müsste Wartberg gewinnen. Aber wie gesagt, ich hoffe, unsere können in Heimvorteile nützen. Und wichtig ist, dass wir ein schönes und faires Spiel sehen. Wartberg ist ja als Tabellenführer für Vorredspiel in Rot-Schwarz. Spielleiter heute Manfred Paul aus Jugendorf-Straßengl. In Minute zwei gibt es gleich einen guten Wartberg-Angriff und einen Roposch-Schuss. Roposch verzieht, der Schuss kollert am langen Eck vorbei. Mitterdorf versucht es auf der Gegenseite mit Freistoß. Ulm im Gästetor hat da kein Problem. Aber man merkt es gleich zu Beginn. Wartberg ist gut motiviert. Auch spielerisch gut drauf. Hat heute viel vor. Roposch vergibt einen guten Sitz, erhebt er übers Tor. Und nach Roposch-Vorarbeit vergeben die Gäste die dritte gute Möglichkeit. 15 Minuten gespielt. Spielstand noch 0 zu 0. Uwe Leskowseg-Wartberg versucht es da mit gutem Freistoß. War nicht schlecht angetragen, der Ball. Packende Duelle gibt es einige bei diesem Derby. Mitterdorfs-Nakku-Stix setzt sich da mit gutem Weitschuss in Szene. Die Chancenauswertung passt noch nicht bei der Baumann-Truppe. In Minute 28 wird der vierte große Sitzer vergeben. Da gibt es für Christian Eckbauer den gelben Karton für diesen Einstieg. Christian Uhlm hat heute nicht viel Arbeit, holt sich diesen Flankenball aber sicher aus der Luft. Spielerisch gibt es vor der Pause nicht mehr viel. An Härte wird ein Fisserl zugelegt, das Match aber trotzdem fair geführt. Knapp vor der Pause gibt es für Matthias Rieger gelb-rot in Minute 43. Das ist bitter für Mitterdorf. Der Ausschluss spielt natürlich Wartberg gut in die Karten. Mit einem 0 zu 0 geht es in die Pause. Wartberg war erste Hälfte überlegen. Nur im Abschluss hat es gehapert. Mitterdorf hat sich nach mäßigem Beginn gut erfangen. Am Mittwoch gibt es ja das WM-Quali-Spiel Österreich gegen Deutschland. Sicher eine heiße Sache, ein wichtiges Spiel. Aber was sagt dir Kordoba 1978? Kordoba 1978 sagt man Österreich, Deutschland. Österreich gegen drei Zutreger in Deutschland. So ist es, dieses Match ist in die Geschichte eingegangen. Jetzt habe ich noch die Frage, wer hat denn die österreichischen Tore geschossen? Der österreichische Tore hat zweimal der Hans Krankel geschossen und damals war es Eigentor von Berti Vogt. Genau so ist es. Und die letzte Frage, die beiden Teamchefs kennst du auch, die damals tätig waren? Der Teamchef war Österreicher, der Helmut Zeneckowitsch. Und ich glaube der Schöhn, Helmut Schöhn von Deutschland. Genau, ich darf gratulieren, du warst super. Du hast zwei Dermankarten gewonnen. Danke schön. So leicht kommt man bei uns zu zwei Dermankarten. Man braucht nur ein bisschen was über Fußball wissen. Da gibt es gleich einen Wartberg-Freistoß. Ropo spielt kurz auf Eckbauer und Eckbauer trifft zum 1 zu 0 mit Flachschuss. Das alles in der 48. Spielminute. Da hat Weiland im Mitterdorf-Tor nicht gut ausgeschaut. Hat sich überraschen lassen. Stefan Dick antwortet da auf seine Weise. Holt sich gelb. Der kleine Niklas in der Bayern-Dress ist nicht nur Bayern-Fan, natürlich auch Mitterdorf-Fan. Wartberg vom Führungstor beflügelt erhöht den Druck. Thomas Jambor versiebt da eine sogenannte 100-prozentige. Bei diesem Gästeschuss wird Weiland getestet. Wartberg nimmt nun Mitterdorf so richtig in die Zange. Schöner Loch, pass auf Prinz. Prinz wird da im Mitterdorf-Strafraum vom herauslaufernden Mitterdorf-Tormann berührt. Geht zu Boden. Da schaut nach Elfer aus. Prinz bekommt Geld für die Schwalbe. Die Mitterdörfler haben im Sommer fünf gute Spieler abgegeben. Dazu heute noch zwei Verletzte. Tun mir schon leid, die jungen Burschen. Sie bemühen sich ja. Aber Wartberg ist heute einfach zu stark. Und es kommt, wie es kommen muss. Georg Daufner als Wechselspieler eingetauscht. Erzählt er das 2 zu 0 für Wartberg in der 79. Spielminute. Die Freude bei den Gästen groß. Es sind ja auch viele Wartberg-Fanstar heute. Mitterdorf grenzt ja an Wartberg. Da kann man auch zu Fuß zum Match anreißen. Die Mitterdorfer Gegenwehr, die ist nun gebrochen. Thomas Brunner erhöht auf 3 zu 0. Und das in Minute 82. Der Wartberger Bürgermeister Wolfgang Gucci meint, Wir haben immer vier Tore geschossen bisher. Der Herr Bürgermeister hat recht. Als Drüberstreuer gibt es in der Nachspielzeit durch Christian Eckbauer das 4 zu 0. Das war's. Wartberg schlägt Witterdorf mit 4 zu 0 und ist mit dieser Leistung erster Titelanwärter. Erwin, Fuchs, wie weh tut diese Törby-Niederlage? Ja, es tut schon weh. Aber wenn man vergleicht, was Wartberg Leute gekauft hat, ja, es macht schon viel aus als Geld. Aber wir gehen den Weg, wir gehen mit den eigenen und mit ein paar, was so offen kommen zu uns. Wir gehen den Weg, weil das ist sicher für die Zukunft mehr, als den Weg, was Wartberg geht. Dass man nur Leute kauft, weil ich glaube, in Wartberg nicht mehr so viel Wartberger in der Mannschaft drehen. Aber es tut weh, da muss man gar nicht diskutieren, die Heimlederlage, wenn es so ausfällt. Aber eins kommt dazu, für mich war ausschlaggebend die rote Karten, die gelb-rote Karten von den Reglern. Also da hat der Schiri sicher dazu beitragen, dass das Spiel entschieden war. Und nächste Runde, da geht es ja um doppelte Punkte. Da spielt man gegen Maria Zell auswärts. Da will man aber natürlich schon schauen, dass man da einen Punkt mit nach Hause nimmt. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir uns wieder schön langsam wieder fangen lassen, weil wir waren in Tragöse auch die bessere Mannschaft, haben leider da drin verloren. Maria Zell, der kleine Platz, ist auch wieder ganz schwer zum Spielen. Aber ich bin überzeugt davon. Jetzt schauen wir die Woche, dass wir gut trainieren und dann werden wir das sicher wieder hinbringen. Gratulation zu diesem 4 zu 0-Dörbysieg. Heute hat alles gepasst, kann man sagen. Ja, danke mir vorerst. Ich glaube, das war heute ein typisches Darwäh. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir heute nicht so umgesetzt. Wir sind nicht so ins Spiel gekommen, weil einfach, ja, wir sind auf ein paar aggressiv. Und ich glaube, dass der Ausschluss durch das haben wir dann ein bisschen ein Oberwasser gekriegt und über 90 Minuten, glaube ich, war es verdient. Mit einer besseren Chancenauswertung wäre es sogar ein höheres Resultat möglich gewesen. Ja, wir haben jetzt die ersten drei Spiele jeweils vier Tore geschossen und wir haben da schon Chancen gehabt und ja, da müssen wir dran arbeiten. Aber es gibt drei Punkte und derzeit sind wir stolz drauf. Vier Siege und mit denen können wir umgehen. Du sagst, es sind vier Siege, vier Spiele, zwölf Punkte. Ich glaube, da spekuliert man schon mit dem Titel. Nein, bei uns ist es so, wir schauen Spiel zu Spiel. Wir wissen, wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wir haben eine Qualität dazugekriegt. Aber es muss einfach, das Master muss alles passen und ich hoffe, es geht so weiter. Der Christian Eckbauer spielte heute eine gute Partie und ist natürlich hocher Freude über diesen Sieg. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war es ein schweres Match. Erste Halbzeit sind wir eigentlich gut ins Spiel gekommen. Das Einzige, was nicht gepasst hat, war die Chancenauswertung wieder einmal. Das ist noch ein bisschen unser Problem. Aber ja, es passt einfach. Wir geben bis zum Schluss Gas und irgendwann bricht dann meistens der Bahn jetzt in die letzten vier Matchwasser und dann geht es dahin. Es läuft einfach, kann man sagen. Was zeichnet denn die Mannschaft der Wartberger überhaupt im Gesamten aus? Ja, also ich bin heuer dazugestoßen. Ich habe mich aber reinlassen, dass ich wieder weiter tue. Ich habe schon aufgeheilt gehabt eigentlich. Und ich merkte gleich von Anfang an, dass der Teamgeist einfach extrem groß ist und stark ist. Und ich glaube, dass wir heuer das Ziel, was wir sich setzen, auch erreichen können. Es wird sicher schwer, aber es ist drinnen, sagen wir so. Nächste Runde kommen die Gusswerker nach Wartberg und denen wird ein heißer Empfang bereitet. Auf jeden Fall. Da müssen wir von Anfang an aggressiv sein. Man weiß, die Gusswerker, die gehen auch ordentlich zu hoch. Aber ich glaube, wir haben die richtigen Spiele dazu. Wir sind auch aggressiv und das passt dann schon. Da können wir dagegen halten. Ziel natürlich der Aufstieg. Ziel ist der Aufstieg. Ja, stimmt, ist der Aufstieg. Aber zwingen kann man nichts. Wir haben jetzt einen guten Start und wenn es so weitergeht, dann passt es. Jetzt sind wir voll im Rennen.